Ja, es hat bei mir eigentlich einen längeren Denkprozess angestartet, wo ich probiert habe, irgendwie zu sagen, ja, ist es wirklich notwendig, alles das zu tun oder sollte ich mich nicht lieber mal für einen gewissen Zeitraum von ein paar Ideen verabschieden? Und man muss ja nicht unbedingt das für immer verabschieden, also kann man schon, aber da gibt es so Ideen, wie dass man halt, ich weiß nicht, das auf ein Bootchen, wie sagt man, auf ein Boot setzt und die Donner hinabtreiben lässt oder so, also um das irgendwie rituell sich zu verabschieden. Muss ja nicht sein, aber mal zumindest zu sagen, okay, jetzt in diesem ersten Quartal hat das einfach keinen Platz, es bringt es nicht damit umherzulaufen und die ganze Zeit so denken, ja, eigentlich würde ich noch gern und das wäre auch noch schön, sondern wirklich mal zu sagen, hey, das geht nicht, das belastet dich nur, nimm es und schieb es einmal weg, zumindest für ein Quartal. In drei Monaten kann ich ja wieder drüber gehen und kann sagen, ja, okay, war schade und war nicht gut ohne dem oder passt so, was ich meine, also so dieser Unterschied von, wäre nett zu machen, aber geht halt gerade nicht.